Hallo und guten Morgen, herzlich willkommen am Johannes-Gymnasium in Lahnstein. Mein Name ist Claudia Jung und ich informiere euch und Sie über die Unterstufe. Hereinspaziert! Als kommissarische Unterstufenleiterin des Johnnies bin ich speziell für die Klassen 5 bis 7, also demnächst hoffentlich für euch, liebe Viertklässlerinnen und Viertklässler, zuständig. Ich sorge dafür, dass es euch von Anfang an gut geht und ihr euch hier wohlfühlt. Gerade befinde ich mich im aktuellen Klassenraum der 5c, in der ich auch unterrichte. So bekommt ihr schon einmal einen Einblick, wie die Räume der 5er gestaltet sind. Ich kümmere mich darum, dass die Klassenlehrerinnen und Lehrer möglichst viel Zeit mit euch verbringen können. Beispielsweise schon direkt in der ersten Schulwoche, damit ihr euch schnell besser kennenlernt und alles Wichtige rund um das Johannes-Gymnasium erfahrt. Gemeinsam versuchen wir, euch die Ankunft hier so angenehm wie möglich zu gestalten. Dafür halten wir im Klassenraum zahlreiche Hilfen bereit, wie zum Beispiel den Stundenplan mit Farbcodierung der einzelnen Fächer, einen Überblick über anstehende Termine und Dienste, Geburtstagskalender und vieles mehr. Darüber hinaus stehen jedem Einzelnen von euch auch Paten der Klassen 8 und 9 zur Verfügung, die ihr ab der ersten Schulwoche auch außerhalb des Unterrichts ansprechen könnt und die euch gerne weiterhelfen. Nach etwa drei Wochen gibt es bei uns noch eine weitere Besonderheit. Ihr 5er macht mit eurer Klasse eine dreitägige Kennenlernfahrt. Dabei begleiten euch nicht nur die Klassenlehrer, sondern auch ein Erlebnispädagoge, der euch bei der Teambildung innerhalb der Klasse durch zahlreiche Übungen unterstützt. Damit auch Sie, liebe Eltern, schnell in die Johnny-Gemeinschaft hineinwachsen, fördern und unterstützen wir die Organisation von Eltern-Kind-Veranstaltungen. Ich würde mich freuen, wenn ich euch, liebe Schülerinnen und Schüler, und Sie, liebe Eltern, im kommenden Schuljahr am Johannes-Gymnasium begrüßen kann. Bis dahin wünsche ich euch und Ihnen alles Gute. Ich hoffe, ich konnte euch und Ihnen hiermit einen ersten Einblick in die Arbeit der Unterstufenleitung geben. Auf unserer Homepage unter www.johannesgymnasium.de gibt es dazu noch viele weitere Informationen. Den Link findet ihr und finden Sie unten in der Box. Vielen Dank fürs Zuschauen und viel Spaß beim Schauen der anderen Videos, die euch und Ihnen unsere Schule vorstellen. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020